Guten Morgen nochmal von meiner Seite zusammen. Ich möchte Sie herzlich begrüßen zum heutigen Vortrag Auslegung und Fertigung von Wasserstoffdruckbehältern in Leichtbauweise mittels automatisierten Fertigungsverfahren. Mein Name ist Manuel Ambrose. Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin Gruppenleiter am Fraunhofer IAP, Forschungsbereich Pyco, Polymermaterialien und Komposite. Bin circa seit knapp zwei Jahren am Fraunhofer tätig. Habe Maschinenbau studiert an der BTU Cottbus mit der Vertiefung Leichtbau und habe 2017 hier mein Studium abgeschlossen und bin seither an der Seite von Professor Seidlitz im Bereich Leichtbau tätig. Wie schon angewähnt, neben mir werden noch der Professor Christian Dreyer sprechen, der Dr. Lars Ulke Winter und der Herr Christoph Ulich. Dann werden wir direkt starten. Ja, kurze Übersicht, Agenda. Also ich werde ganz kurz das Fraunhofer Pyco vorstellen. Im Anschluss wird Herr Dr. Lars Ulke Winter KI-gestützte Methoden zur Struktursimulation von Komposite-Druckbehältern vorstellen. Im Anschluss werde ich funktionsintegrative Faserverbundbauweisen mittels additiven Fertigungstechnologien vorstellen und im Anschluss wird mein Kollege Herr Ulich etwas zur Bruchzehenmodifikation von Kunststoffen und Herr Professor Dreyer etwas zu alternativen Härtungstechnologien bei Komposites erzählen. Abschließend möchte ich Ihnen ausgewählte Forschungsprojekte und Inhalte vorstellen. Ganz kurz zum Fraunhofer IAP. Wir sind circa 250 Mitarbeiter, aufgeteilt in sieben Forschungsbereiche. Wie der Name schon sagt, beschäftigt sich das Fraunhofer IAP mit angewendter Polymerforschung und wir haben hier mehrere Standorte in der Hauptstadtregion. Das Headquarter befindet sich in Potsdam-Golm und weiterhin haben wir weitere Außenstellen in Cottbus, Senfberg, Schwarzheide, in der Skopau und auch in Hamburg. Ja, 2020 haben wir ein Budget von knapp 25 Millionen Euro gehabt und externe Einkommen von 15 Millionen. Unser Forschungsbereich PYCO ist grundsätzlich in zwei Gruppen aufgeteilt, in zwei Forschungsbereiche, welche dann nochmals in jeweils zwei Gruppen unterteilt sind. Wir haben hier unter der Leitung von Professor Seidlitz die Fachbereiche Territ Materials, also maßgeschneiderte Materialien, sowie Design and Process Technologies, das heißt Bauteilentwicklung und Fertigungstechnologien. Und die Kollegen hier, die Sie sehen, sind die Gruppenleiter der jeweiligen Gruppen. Ich werde gleich im Anschluss noch mal auf die Gruppen näher eingehen. Das Fraunhofer IAP bildet dabei mit der TH Wildau und der BTU Cottbus eine Leichtbauallianz Brandenburg. Wir treten hierbei in Personalunion auf und bilden dabei quasi einen Verbund von über 60 Mitarbeitern, interdisziplinären Mitarbeitern aus dem Bereich Chemie, Physik und Ingenieurswissenschaften, entlang der gesamten Werkschöpfungskette. Und im Sinne der Allianz stehen wir natürlich auch in starker Kooperation mit den regionalen Unternehmen, insbesondere Kleinunternehmen, als auch den Studenten von den Universitäten und sind natürlich auch in enger Zusammenarbeit mit den Clustern in den unterschiedlichen Handlungsfeldern unterwegs und können damit natürlich extrem gut den Technologietransfer darstellen. Kommen wir nun zur Vorstellung der Gruppen. Angefangen mit Polymer Development, also der Synthese und Formulierung von Polymeren, Werkstoffen und Hochleistungspolymeren unter der Leitung von Professor Christian Dreyer. Weitere Leistungen sind hier innerhalb der Gruppe natürlich hauptsächlich Matrix-Systeme für die Anwendung in der Mikroelektronik, in der Photonik oder auch in Nanokompositen, die Entwicklung von schlagzähligen, flammenhemmenden und thermostabilen Duroplasten sowie natürlich alternative Erhärtungstechnologien wie Infrarot, Mikrowelle oder UV-LED. Herr Dr. Sebastian Steffen betreut die Gruppe Semi-Finished Components, Halbzeuge auf Deutsch übersetzt. Hierbei geht es insbesondere um die Komponierentwicklung, Herstellung von Hochleistungspreprecs. Wir können auch sehr schön sehen, wir haben hier unterschiedliche Anlagen, eine Horizontale und eine Vertikale Impringlieranlage. Wir können hier skaliert und modular die Pre-Prec-Entwicklung und Herstellung darstellen. Spezifische Funktionalisierung, insbesondere Flammenwürdigkeit oder antimikrobakterielle Oberflächen von Kunststoffen sowie auch nachhaltige, umweltfreundliche Herstellungsprozesse dieser Halbzeuge. Unter meiner Leitung die Entwicklung und Konstruktion, das heißt der Simulation, Bauteile und Fertigungsprozesse, die Auslegung von Material- und lastfahrtgerechten Lasteinleitungselementen und Fügetechnologien. Hierbei betrachten wir insbesondere die gekoppelte Strukturen, Prozesssimulationen, auch auf Basis von datenbasierten Modellierungen und Optimierungen mittels Maschinen im Lernen. Und wir beschäftigen uns hier in dieser Gruppe insbesondere eben mit automatisierten Fertigungsverfahren für die Großserie, das Spritzgießen, Thermoforming, Winding, Automated Fiber Placement und weitere Druckverfahren. Die vierte Gruppe Structural Testing and Analytics, also Strukturtest und Analyse, betreut durch Herrn Dr. Matthias Köhler. Hier haben wir natürlich den vollen Umfang an Analyse und Testing, insbesondere chemische Analytik, Spektrokoskopie, Chromatographie, thermomechanische Charakterisierungsmethoden, aber auch optische Charakterisierungsmethoden, wie zum Beispiel optische Rissverfolgung, Crash und Impact können wir darstellen, die zerstörungsfreie Prüfverfahren und auch als besonderes Merkmal die Brandprüfung in einem Kegelkaleroimetra. Ja, dann möchte ich bitte das Wort an meinen Kollegen Herrn Dr. Lars-Ul Gewinter übergeben zu KI-gestützten Methoden zur Struktursimulation von Kompositdruckbehältern. Ja, hallo in die Runde. Mein Name ist Lars-Ul Gewinter. Ich beschäftige mich beim Fraunhofer so mit der Auslegung, Strukturauslegung, Optimierung, mit der Werkstoffoptimierung, Strukturoptimierung und diesen, sag ich mal, neuartigen Methoden wie KI-gestützte oder stochastische Optimierungsstrategien und so weiter. Und ich möchte heute mal eine Optimierungsstrategie vorstellen, so eine regelbasierte Optimierung, die versucht aus so einer volatilen Datenlage Informationen rauszuziehen oder mit so einer Strategie möglichst optimale Wickelwinkel so zu berechnen, umzusetzen. Nächste Folie bitte. Jeder kennt ja die sogenannten Kesselformeln. Da wird dieser Membranspannungszustand, so bei Rohren beschrieben, wo dann eben im Ergebnis steht, dass die Axialspannung die Hälfte der Umfangsspannung ist. Und durch diese Wickelverstärkung versuchen wir möglichst optimal diese Verstärkung im Druckbehälter oder diese Spannung im Druckbehälter aufzufangen. Das heißt, wir suchen die masseminimale Wickelstruktur, die noch zusätzliche Fertigungsrestriktionen oder andere Restriktionen beinhaltet. Im Membranspannungszustand, der klappt ganz gut im rohrförmigen Bereich. Das sieht man hier mal in so einem Beispiel. Allerdings bei den Behältern hängt es in Abhängigkeit der Bodenform, der Bodengeometrie, kommt es zu Biegespannungen und zu komplexen Spannungsverläufen. Insbesondere gibt es da Peaks im Bereich des Übergangs in der Krempe oder im Bereich der Muffe. Da hat man es mit Spannungspiks zu tun. Und bei der Verstärkung der Behälter muss man das natürlich entsprechend auch berücksichtigen. Es gibt zahlreiche Tools zur Simulation, numerische Tools oder auch analytische Berechnungsformeln für dickwandige Behälterstrukturen oder dickwandige Rohrstrukturen zum Beispiel, kann man das noch analytisch einigermaßen berechnen. Diese Tools generieren einerseits das Wickelprogramm oder das Wickelmuster und andererseits generieren sie die entsprechenden numerischen Modelle, definiten Elemente Modelle, mit denen ich dann so eine durchgängige Auslegung machen kann. Ja, zum Catwine kennt der eine oder andere oder auch den Composite Modeler, mit dem man sich in so ein Abacus-Deck reinhängen kann, sodass man eigentlich alles zur Verfügung hat, was man für die Strukturauslegung wissen muss. Wenn man sich diese Behälterauslegung anschaut oder generell diese Strukturauslegung, dann geht es los von den Anforderungen. Da werden die geometrischen Dimensionen festgelegt, der Druck und die mit den entsprechenden Sicherheiten definiert. Dann geht es an die Konstruktion des Liners. Die Wickelstruktur wird dann definiert und berechnet. Dann wird diese Wickelstruktur geändert mit bestimmten Versagenskriterien, die so genormt sind, überprüft. Und dann wird diese Wickelstruktur mit dem entsprechenden CNC-Programm überführt, auf die Maschine übertragen, der Wickelprozess durchgeführt und natürlich steht am Ende dann die Verifikation in der Test. Und hoffentlich klappt es dann auch so, dass alle Regeln oder alle Restriktionen eingehalten werden können. Ja, nächste Folie bitte. Und was man da sieht, ist dieser Flaschenhals, ist dieser iterative Konstruktionsprozess, der sehr viel Zeit erfordert, einen Haufen Erfahrung benötigt. Unter Umständen hat man es mit relativ hohen Lizenzkosten zu tun, weil man auf der einen Seite diese ganzen numerische Software, diese FEM-Software, diese ganzen Wickelmodule dann dazukaufen muss. Und man hat das Problem, dass man auch sehr viele Materialtests, das ist ja alles richtungsabhängig in dieser Faserversteigerung, durchführen muss, sodass man einen relativ teuren iterativen Auslegungsprozess hat, der nur selten zu wirklich optimalen Resultaten führt, weil man irgendwann das dann auch abbrechen muss und eben nur mit viel Erfahrung im Laufe der Zeit so in Richtung Optimum driftet, sage ich mal. Und unser Ziel war es oder eine Strategie, die ich jetzt vorstellen möchte, ist, diesen iterativen Entwicklungsprozess ein bisschen abzukürzen, zumindest für die Vorentwicklung oder für die Vorauslegung. Das Ziel ist dabei, dass man möglichst keine numerische Software verwenden soll, kein sehr umfangreiches Wissen bezüglich des Faserverbundaufbaus beziehungsweise der Auslegung von Faserverbunden. Ich möchte bestimmte Produktionsrandbedingungen oder Herstellungsrandbedingungen mit berücksichtigen, sodass ich letztlich diesen Cycle, also diesen iterativen Auslegungsprozess, sehr stark verkürzen möchte. Also, wenn man sich das überlegt, der Traum ist es, so eine integrierte, weitestgehend automatisierte Entwicklungsstrategie oder Entwicklungsprozess bereitzustellen, der individuelle Struktur und Herstellungsbedingungen mit integriert oder mit berücksichtigen kann. Nächste Folge. Und wie man da vorgegangen ist, das möchte ich hier kurz zeigen. Ich hatte zum Anfang ja diese Kesselformel gezeigt. Das ist hier dieser Bereich 1. Kann man sich als Zone 1 dieses Behälters vorstellen. Und dann gibt es noch zwei weitere Zonen. Das sind diese Spannungsüberhöhungen. Also, wenn man sich den Druckbehälterspannungsverlauf anschaut. Das ist der Bereich der Muffe und der Bereich des Übergangs, der Bereich der Krempe. Und in diesen zwei, drei Zonen kann man so bestimmte Regeln, bestimmte Verhältnisse also ableiten. Und zusätzlich gibt es noch so individuelle, sag ich mal, herstellungsbedingte Regeln. Wie zum Beispiel, ich möchte eine bestimmte Menge an Umfangswicklung vorsehen, um diese Verdichtung der Fasern zum Beispiel hinzubekommen. Ich möchte bestimmte Orientierungen haben, die ich mindestens drin habe, weil ich damit gute Erfahrungen gemacht habe. Das sind alles solche schwammigen Regeln und so weiter. Also, es gibt eine Menge an Herstellungsregeln, so technologiebedingt, die mehr oder weniger in irgendwelchen Büchern oder irgendwelchen firmeigenen Unterlagen stehen. Und auf der anderen Seite gibt es bestimmte Strukturregeln, die rein aus der Mechanik kommen. Und die Zone 1, also diese erste Regel, das ist die sogenannte Kesselformel. Da kann man sich das so überlegen, so ganz vereinfacht, als vereinfachte Auslegungsstrategie kann man sich überlegen. Man möchte genauso viel Fasern in den Richtungen reinlegen, wie diese Spannungen auch ertragen. Also, man teilt einfach die Fasern in die verschiedenen Richtungen auf, summiert das auf, diese entsprechenden Anteile und kann dann so eine axiale oder tangentiale Regel aufstellen oder Restriktionen aufstellen, wie das hier angegeben ist. Und hier, jetzt wurde das ganz einfach gemacht, also die Spannung wurde noch nicht mal so wie ein Tenser zweiter Stufe transformiert, sondern einfach so wie so ein Vektor betrachtet jetzt in diesem Fall. Ich brauche also dafür nur die Faserzugfestigkeit und die verschiedenen Lagenorientierungen und die einzelnen Dicken und kann dann solche axialen oder tangentialen Regeln aufstellen. Nächste Folie bitte. Für die Krempe gibt es, kann man so eine Art durchschnittlichen Winkel definieren. Man kann Versuche machen und dann stellt man fest, dass es einen kritischen Winkel, das ist dieser Winkel Alpha Max angegeben, dass in Abhängigkeit dieser Bodengeometrie und der Muffe und dieses ganzen Designverhältnis existiert, ein Grenzwinkel, bei dem der Behälter gerade so noch längs reißt. Kann man sich so vorstellen. Und dieser Grenzwinkel, der muss so experimentell erstmal bestimmt werden, den könnte ich auch als Restriktion oder als Regel in meinem Optimierungs- oder in meinem Algorithmus mit berücksichtigen. Und das ist hier mal angegeben, der berechnet sich jetzt hier so, indem einfach dieser Grenzwinkel auf die Dicken bezogen werden. Und damit, je nach Leiner-Geometrie, liegt der so zwischen 45 Grad und 51 Grad meinetwegen. Nächste Folie bitte. Und dann gibt es so noch verschiedene Herstellungsregeln. Auf der linken Seite ist hier so angegeben die strukturmechanischen Regeln, also die axialen und tangentialen Festigkeiten. So ein durchschnittlicher Winkel, der unter einem Grenzwinkel liegen muss. Und dazu gibt es noch Herstellungsrandbedingungen, wie beispielsweise Anzahl von Umfangswinkeln oder Wickelwinkeln, die ich mindestens haben möchte. Ich möchte zum Beispiel häufig eine volle Bedeckung haben, dass sozusagen der kleinstmögliche Winkel, der hängt ja von der Behältergeometrie und des Muffendurchmessers ab. So, dass ich unter Einhaltung dieser ganzen Regeln und Vorschriften den minimalen Wickelwinkel oder die minimale Anzahl an Winkeln oder an Orientierungen suche, die alle Regeln berücksichtigt. Also ich muss auf der einen Seite, suche ich die minimale Schichtanzahl und die dazugehörigen Wickelwinkel. Das ist so das Optimierungsziel, also wie so eine doppelte Optimierung, sage ich mal. Und das kann man mit verschiedenen Strategien lösen. So, nächste Folie bitte. Und was da so sehr, sehr prägnant ist, ist dieser sogenannte Ameisenalgorithmus. Kannst du mal klicken bitte? Der Ameisenalgorithmus geht aus so einem Experiment hervor, was 1989 gemacht wurde. Man hat festgestellt, dass die Ameisen vom Nest zum Futter immer einen relativ kurzen Weg gehen oder eigentlich relativ häufig optimale Wege finden, obwohl sie dieses Futter, diese Entfernung nicht einsehen können. Man hat sich dieses Double-Bridge-Experiment durchgeführt und das sieht man mal hier. Einfach dreimal klicken, Marcello. Da sieht man, dass bei der Faserablage oder nicht bei der Faserablage, bei dem Hindernis, gehen die Ameisen immer den kürzesten Weg, so sukzessive immer mehr. Das liegt einfach daran, dass die diesen Weg markieren. Also es wird dieser Weg immer stärker ausgeprägt, weil die dieses Pheromon auf diese Spur setzen und der kürzere Weg, da gehen die Ameisen ja entsprechend öfter so, dass der sich immer mehr verstärkt und in den nächsten Schritten gehen sie dann mit höherer Wahrscheinlichkeit der stärkeren Pheromonspur. Und die Idee ist es eigentlich, so eine Pfadlänge, so ein Pfadlängen-Optimierungsproblem auf so eine Druckbehälter-Qualität abzubilden. Und das ist so die Herausforderung, wenn man das hinkriegt, kann man die ganzen Regelsätze im Prinzip umtransformieren in so eine, sag ich mal, Labyrinth-Suche und damit mit einem entsprechenden Algorithmus analog diese Ameisentheorie. Und dass es funktioniert, das sieht man dann hier, das ist jetzt mal ein Beispiel, in dem so ein Mehrschichtverbund aus zehn Schichten mit zehn möglichen Orientierungen, also diskreten Schritten, so aufgebaut wird, sodass es insgesamt so zehn hoch zehn Möglichkeiten gibt. Und jetzt guckt man sich diese Animation an und sieht, dass als erstes die oberen Lagen, also die oberen Lagen Richtung Null Grad geschoben werden. Das ist auch logisch oder eigentlich plausibel, weil erst dort in den oberen Lagen die Spannung am größten ist oder die Beanspruchung am höchsten ist. Dann kommen die unteren Lagen zum Tragen oder schieben sich in Richtung Null Grad. Das ist aufgrund der Druckbeanspruchung, sage ich mal, ist das auch plausibel. Die sind dann am zweitsensitivsten. Und in der Mitte ist es eigentlich egal, wo die Ameisen so lang gehen, weil diese Schichten haben eigentlich keinen nennenswerten Einfluss mehr bezüglich der Festigkeit, sondern einfach nur diesen Abstand von diesen Biegebalken jetzt sozusagen machen. Das ist so ein irrisches Beispiel oder so ein Beispiel, wo man das sieht. Und die Idee ist jetzt, diese Pfadlänge, wie wir bereits gesprochen haben, so eine Druckbehälterqualität anpassen oder wie kann diese Qualität, diese Gesamtheit in seiner Zielfunktion formuliert werden, sozusagen, oder transformiert werden. Und die Antwort ist, für solche Filterfunktionen kann man dafür benutzen. Man hat diese Regelsätze abgeleitet. Da kann man im Grunde genommen in zwei Klassen einteilen. Es gibt einmal diese Bereichsfilter. Also die Bereichsfilter würden sozusagen Null oder Eins liefern. Also das sieht man hier in dieser Glockenkurve. Ich stecke sozusagen meinen Regelsatz hier rein, meinen durchschnittlichen Wickelwinkel meinetwegen. Und dieser durchschnittliche Wickelwinkel wird zwischen Null und Eins abgebildet. Das sind die Funktionen hier angegeben. Und zwar dann eins, wenn dieser Grenzwinkel genau erfüllt ist. Kann man mit so einer kontinuierlichen Filterfunktion transformieren. Das andere, die anderen Regeln, also die tangentiale Festigkeit oder axiale Festigkeit, die kann man über so einen, sag ich mal, Schwellwertfilter, über so eine Schwellwertfilterfunktion abbilden. Das ist hier mal so kontinuierlich aufgetragen. Ich stecke jetzt meinen Regelsatz rein. Und der bildet mir diese Regel auf Eins ab, wenn die Regel erfüllt ist. Und fällt dann, umso schlechter die Regel ist, so relativ rasch auf Null ab. So, diese Regeln nehme ich, nächste Folie bitte, und multipliziere die einzelnen Aussagen einfach miteinander und habe dann sowas wie eine durchgängige Zielfunktion, also eine Qualitätsfunktion, die dann eins liefert, wenn ich alle Regeln erfüllt habe. Die bilde ich dann auch über so eine Lineartransformation einfach auf eine virtuelle Weglänge ab und habe dann, die kürzeste Route liefert mir dann auch die beste Qualität oder eine Lösung, die allen Regeln erfüllt. Und je länger die Route ist, umso schlechter ist dann auch die Qualität. Das ist so die Idee dabei. Und dann gehe ich nämlich in diesen Ameisenalgorithmus und versuche, die kürzeste Route sozusagen zu finden. Also diese Route, die die minimale Schichtanzahl und zugehörige Orientierung findet. Ich starte also mit einer vorgegebenen Anzahl an Wickelwinkeln, die ich mindestens haben möchte oder die ich vorher definiert habe durch Herstellungsrandbedingungen und gehe dann sukzessive hoch und sage jetzt einen Winkel mehr. Gucken, finde ich da schon einen optimalen Aufbau? Wenn ja, dann super, dann habe ich es schon geschafft. Dann ist das mein optimaler Schichtaufbau. Dann im nächsten Schritt, wenn ich das noch nicht habe, wenn ich immer nur in Richtung Null gehe oder alle Zielfunktionen dann sozusagen Null ergeben an der Auswertung, dann muss ich die Schichtanzahl erhöhen, mache das Gleiche und so weiter, sodass ich mehrfach diesen Ameisenalgorithmus durchlaufen muss. Aber letztlich führt der so zu diesem optimalen Ergebnis, optimal im Sinne dieser ganzen Regelsätze, die ich definiert habe. Ja, nächsten Schritt. Also was wir letztlich haben und damit, wenn man das vernünftig macht, ist für die Vorauslegung hat man einen erstmal masseminimalen oder optimalen Schichtaufbau für die weitere Auslegung in den numerischen Modellen, mit dem man gut starten kann. Das ist weitgehend automatisiert. Also ich muss dort eben nur die Behältergeometrie, also den Durchmesser, Faserfestigkeiten erst mal eingeben und bestimmte Muffendurchmesser und Bandbreiten beim Wickeln und dann kann man damit schon losrechnen. Es ist regelbasiert, das heißt sehr flexibel anpassbar. Ich kann beliebige Schwellwertregeln oder Bereichsregeln definieren und die werden dann eben mit diesen Transferfunktionen oft 0 und 1 abgebildet und insgesamt in diesen Zielfunktionen damit aufgebaut. Also man kann das sehr flexibel benutzen. Das ist auch ratsam, erstmal mit relativ wenigen Regeln zu starten, gucken, wo landet man und dann immer mehr Regeln hinzuzunehmen und sehen, welche Effekte das hat. Und letztlich bekommt man dann als Lösung, wenn man die mehrfach durchführt, ein ganzes Set an optimalen Behälter- oder Wickelstrukturen, mit denen man dann weitere Regeln implementieren kann oder andere Aussagen dann generieren kann. Hier ist mal so ein Beispiel, wie das funktioniert. Letztlich funktioniert dieser Set erstmal nur bei dünnbandigen Behältern. Wir haben das für 700 Bar war der ausgelegt, so als Berstdruck und bei 675 ungefähr, 675 ist dann der Behälter dann auch geborsten. Das heißt, das ist eine relativ geringe Abweichung. Da sind wir ganz zufrieden. Da kann man in die weitere Auswegung, in die Detaillierung dann gehen. Jetzt soll das weiter verstetigt werden. Also wir wollen versuchen, dass wir das jetzt auch für dickwandige Behälter, wo man dann nicht solche einfachen Versagungskriterien benutzen kann, sondern dann muss man dann dickwandige Versagungskriterien und auch lokale Bewertungen an den einzelnen Behälterstellen, an den unterschiedlichen Aufdickungen durchführen. Und dann spielt auch die Reihenfolge der Schichten eine Rolle und so was. Und das sollte man alles in diese Regelsätze dann integrieren, um diesen Auslegungsprozess auch im höheren Druckbereich durchzuführen. Das war so mal so ein kurzer Ausflug. Was man sich vorstellen kann, sind diese Regeln auch durch datenbasierte Auswertung rauszufiltern oder abzuleiten, indem man sich Behälter einfach anschaut, dann über so Machine Learning Programme guckt, welche Regeln stehen da drin, welche Designkriterien könnte man heranziehen, um dieses gesamte Umfeld, das darf ich mal jetzt zu mathematisieren und in so einer Zielfunktion abzubilden. Das ist so ein kurzer Ausflug zu dieser Behälterentwicklung, wie man da vorgehen kann. Ja, vielen Dank, Lars, für den einen oder anderen vielleicht schwer verdauliche Kost. Vielen Dank nochmal. An der Stelle würde ich dann gleich ins nächste Thema wechseln. Funktionsintegrative Fasserverbundbauweisen mittels additiven Fertigungstechnologien. Da möchte ich gerne anfangen, einmal unser AFP-Komplex vorzustellen von Mikrosamen am Standort Cottbus, bestehend aus einer Pre-Break-Slithern-Rewinder-Anlage. Wir können hier Mutterspulen bis zu 300 Millimeter breite Slitten in jeweils ein Viertel Zoll-Tapes. Dann haben wir als Haupteinheit den AFP-Legekopf mit Roboter. Hier können wir vier Spulen oder auch vier unterschiedliche Materialien gleichzeitig verlegen und haben gleichzeitig auch noch eine 2-Meter-Wickelachse mit 600 Kilo Traglast, einen Heiztisch mit einer Aufspannfläche von 1,5 x 1,5 Metern. Als Heizquelle nutzen wir zwei verschiedene Systeme, einmal ein 4-KW-Diodenlaser, als auch ein 330-Watt-Infrarotstrahler. Und für die Aushärtungstechnologien stehen uns unterschiedliche Autoklaven zur Verfügung. sowie auch Hochtemperaturofen. Ich denke, viele von Ihnen kennen den AFP-Prozess schon. Ich möchte da nicht im Detail darauf eingehen. AFP, Automated Fiber Placement, für die automatisierte Verarbeitung von Tapes, welches jetzt seit Jahren natürlich schon insbesondere im Bereich der Luftfahrt angewandt wird, zeichnet sich durch seine unheimlich hohe Flexibilität in der Fertigung aus, aber auch Winkelgenauigkeit. Wir können hier unterschiedliche Fasermaterialien ablegen in komplexen Geometrien mit einer sehr hohen Prozessgeschwindigkeit, in unserem Fall hier bis zu 0,5 Meter pro Sekunde mit dem Diodenlaser. Und wir können natürlich auch sehr hohe Faservolumengehalte erzielen. Und ja, nochmal kurz, wie der Prozess funktioniert. Wir haben also eine Compaction Roll, eine Andrückrolle, an der das Pre-Break Slip Tape geführt wird. Das Slip Tape wird mittels Heizquellen plastifiziert oder aufgeheizt und auf dem Tool, auf dem unterunterliegenden Werkzeug unter definiertem Druck abgelegt. Zusätzlich haben wir natürlich auch Qualitätseinheiten und Systeme zum Prozessmonitoring, also Temperaturdruck, das Fuzzing oder Gaps und den Winkel können wir auch darstellen und analysieren. Ja, was natürlich Kernessenz hier ist mit der Winkelgenauigkeit, dass wir eben wirklich lastfahrtgerechte und endkonturnahe Bauteile ablegen können, Strukturen ablegen können, auch mit verschiedenen Funktionen oder Strategien. Und Reduction of Waste ist natürlich auch ein großes Thema bei der Handhabung von so kostintensiven Werkstoffen, dass wir hier mit dem Cut-on-Fly, dass wir quasi eben Legeprozess Ausschnitte darstellen können oder eben auch, wie hier oben dargestellt, quasi Lasteinleitungsbereiche optimal ablegen können, zum Beispiel im Fensterbereich, beim Rumpf vom Flugzeug oder eben ja in ganz klassischen Lasteinleitungselementen. Kann man hier so ein bisschen die Natur nachahmen und es sieht dann ein bisschen aus wie ein Astloch. Wie funktioniert dieser AFP-Prozess? Wie bekommt man ein Bauteil umgesetzt? Grundsätzlich sind es hier drei Schritte. Wir haben einmal das Pre-Processing, wir haben eine Microplay-Software von der Firma Mikrosam. Hier können wir natürlich das Tool-Design, die Ablagestrategien festlegen, erkennen, welche kritischen Radien oder Überlappungen auftauchen. Wir haben die Prozesskontrolle, auch Einstellung der Parameter. Als zweiten Schritt die Prozesssimulation, wo wir insbesondere Kollision, Materialverbrauch oder auch die Fertigungsbedingungen allgemein untersuchen. Und als letztes natürlich das Manufacturing, die Umsetzung. Hier haben wir natürlich die Möglichkeit, die Roboter-Kinematik anzupassen, den Druck, die Temperatur und die Geschwindigkeit zu regeln und dies alles mithilfe von bildverarbeitenden Systemen zu überwachen. Ja, hier mal AFP in Aktion am Beispiel eines Typ-2-Behälters. Wir haben hier mal zur Veranschaulichung eine kleine Berechnung und Simulation angesetzt. Sie sehen hier zwei Behälter, Typ 1 als monolithische Variante, metallische und monolithische Variante. Der Typ 2 als umfangsverstärkter Typ 1-Behälter letztendlich. Und wir haben eine Simulation aufgesetzt und feststellen können, dass es ausreicht, eine 0,25 Millimeter dicke Umfangswicklung aus CFK aufzutragen und dabei die Operating Pressure, also den Belastungsdruck zu verdreifachen von 11 Bar auf 33 Bar. Ja, und ein kleines Upcoming soon. Wir erwarten jetzt im November eine Wickelanlage auch von Mikrosamen. Und somit sind wir hier für die gesamte Fertigung von Druckbehältern sehr gut gewappnet. Als weiteres Highlight möchte ich ganz kurz in Bezug auf die additive Fertigung unseren Großraumdrucker vorstellen, der vor einigen Monaten bei uns in Cottbus auch eingetroffen ist. Von der Firma CNC Barsenas. Derzeit, wenn ich mich nicht täusche, der größte Drucker im ostdeutschen Raum. Eignet sich natürlich hervorragend zur Fertigung von Werkzeugen auf einem Bauraum. Hier von 1,30 Meter, 2,50 Meter und 1 Meter. Wir haben vor circa einem Monat, hat Airtag ja auch hier im Rahmen des Wens der Wiener vorgestellt und ähnliche Technologie vorgestellt. Das ist sehr, sehr interessant. Der Drucker basiert hier auf Direktokstrusion von thermoplastischen Kunststoffen. Auch gefüllt oder verstärkte Kunststoffe können hier verarbeitet werden. Dies macht es natürlich sehr kosteneffizient und ein sehr schneller Prozess. Wir können hier bis zu 10 Kilo pro Stunde verarbeiten. Es ist ebenfalls ein Fräskopf integriert, bei dem wir quasi das Finish der Werkzeuge umsetzen können. Und ja, hier in der Folie unten sehen Sie die verschiedenen Prozessschritte, wie das aber in der Praxis funktioniert. Am Beispiel eines Drucks, eines Formwerkzeuges für eine Windkraftflügel möchte ich hier ein kurzes Video zeigen, wie dieser Prozess abläuft. Natürlich klassisch wieder das Pre-Processing, Parametereinstellungen und hier können wir sehr schön, wie der Extrusionsdruck funktioniert. Wir haben hier eine Düse von 8 Millimeter in diesem Fall eingebaut, eine Ablagehöhe von 2 Millimeter mit einer Geschwindigkeit von 75 Millimeter pro Sekunde. Hier kann man das sehr schön sehen. Wir haben dieses Werkzeug, muss man sagen, innerhalb von circa 10 Stunden, 12 Stunden gedruckt. Das ist ziemlich schnell und beeindruckend und haben damit auch sehr viele Bauteile schon fertigen können, also Rotorblätter fertigen können. Ja, als weiteres Highlight Printed Electronics in unserem Fachgebiet. Wir haben hier auch vor kurzem ein Rapid Prototyping System erhalten von Neotrack AMT, das ist der PJ15X, modular aufgebautes System für die Herstellung funktionsfähiger elektrisch funktionalisierter Bauteile. Und hierbei ist die Kombination von additiver Fertigung, sparender Bearbeitung und Aufbringung gedruckter Elektronik sehr einzigartig. Das System verfügt über sechs Achsen, fünf Achsen, drei lineare Achsen, zwei rotierende Achsen. Und durch die simultane Ansteuerung dieser Achsen können Bauteile nahezu jeder Form erzeugt und bearbeitet werden. Und hier am Beispiel kann man sehen, dass man sehr schöne 3D-Strukturen innerhalb dieses Systems fertigen kann, eben mit verschiedenen Fertigungsverfahren wie dem Piezojet-Druck. Wir haben hier einen exzentrischen Screw-Dispenser mit dabei, einen klassischen 3D-Druckkopf, SMD-Pick-and-Place-Modul. Das heißt, wir können kleine mikroelektronische Bauteile platzieren und auch anlöten oder kontaktieren. Wir haben ein Fräsmodul drin und unterschiedliche Aushärtungsmethoden wie Infrarot und UV und auch Qualitäts- und Prozesskontrollen mit einer Fidusche-Kamera und einem konfokalen Sensor. Wir können hier auf 400 mal 300 mal 140 bauen mit einer maximalen Geschwindigkeit von 100 Millimetern pro Sekunde und auch mit einer sehr guten Genauigkeit. Wie das in der Praxis funktioniert, möchte ich hier nochmal darstellen. Hier ist mein Kollege, der Herr Jakob Saban, der derzeit Untersuchungen macht, Heizsysteme insbesondere druckt für die Anwendung in der Luftfahrt. Das sieht man hier auf der rechten Seite ganz schön. Das heißt, wir können interaktive Elemente, Interconnections oder eben Heizelemente drucken und vollumfänglich funktionalisieren. Hier kann man das mal schön sehen, wie das funktioniert. Also aufgrund der sehr guten Prozessführung und Achsen sind wir quasi in der Lage, mehrfach gekrümmte Bauteile oder komplexe Geometrien zu bedrucken, aber eben auch herzustellen. Das ist hier mein Beispiel. Hier wird quasi ein Heizsystem gedruckt, welches denn für das Kabinenlining in der Luftfahrt gedacht ist. Und hier kann man diesen Prozess sehr schön sehen. Das ist jetzt natürlich doppelte Geschwindigkeit im Video. Hier erfolgt jetzt die Aushärtung der Silbertinte mittels ER-Strahlung. Und im Anschluss wird nun die Widerstandstinte, also die eigentlichen Heizelemente, aufgedruckt. Man kann auch schön sehen, dass hier Parametereinstellungen noch notwendig sind. Man hat eben manchmal ein paar Spritzer, manchmal ein paar Lücken, die zu füllen sind. Aber grundsätzlich funktioniert dieses System sehr gut. Und hier kann man sehr schön sehen, in welcher kurzer Zeit man solche Systeme hier herstellen kann. Das Gesamtkonzept und Ziel des funktionsintegrativen Ansatzes ist dabei natürlich die Kombination von additiver Fertigung und gedruckter Elektronik. An dieser Folie möchte ich Ihnen quasi dieses Konzept mal vorstellen. Wir wollen am Beispiel eines Flügels, sei es jetzt von einem Windkraftrad oder Flugzeug, wir wollen quasi die additive Fertigung, dem 3D-Druck kombinieren mit AFP und dann sequentiell in den Bereichen, wo es notwendig ist, gedruckte Elektronik integrieren, um diese Bauteile zu funktionieren. Der Vorteil ist hier, dass wir hier in situ Herstellung von funktionsintegrativen Strukturbauteilen mittels additiver Fertigung haben. Einbindung von Sensoren als Elementen mit den verschiedenen Druckverfahren Piezojet, Inkjet. Und wir haben quasi hier eine direkte Anbindung der Composites mittels AFP an den gedruckten Kern, quasi werkzeuglose, quasi werkzeuglose Fertigung an dieser Stelle und vollautomatisierter Prozess zur Herstellung solcher Hybridteile. Wir machen derzeit, führen wir verschiedene Parameterstudien durch und versuchen quasi diesen einen Schritt AFP, die Kernstrukturen mit AFP zu belegen. Das machen wir an verschiedenen Halbzeugen, hier einmal auf ebenen Waben, hier zum Beispiel die Thermax-Wabe, die kennen viele von Ihnen sicherlich. Hier sieht man sehr schön, wie das funktioniert auf langen Strecken. Haben wir erste Versuche durchgeführt. Im Vergleich dazu auf der anderen Seite sehen wir das Gleiche mal mit einer doppelt gekrümmten Wabenstruktur, also von der Komplizität deutlich anspruchsvoller. Und man kann auch sehen, dass bei der Verarbeitung von Thermoplasten natürlich der thermische Eintrag durch den Laser eine entscheidende Rolle spielt hinsichtlich Verzug, thermische Eigenspannung. Hier ist eben noch so ein bisschen Forschungsbedarf notwendig, um das Ganze, sage ich mal, reproduzierbar und kontinuierlich darzustellen. Ja, dann möchte ich bitte das Wort an Herrn Ulich weitergeben mit dem Thema Bruch, C-Modifikation und alternative Härtungstechnologien bei Composites. Vielen Dank. Ja, danke schön. Das ist jetzt ein ganz schöner Schritt vom Design, von Engineering zur Harzentwicklung. C-Modifizierung kommt ursprünglich aus dem Klebstoffbereich. Deswegen befassen wir uns damit schon sehr lange, weil wir mal ein Klebstoffinstitut waren. Wird jetzt aber wieder wichtig, sowohl bei Drucktanks als auch vor allen Dingen bei Kryotanks. Wir haben vor vielen Jahren eine Methodenentwicklung zur besseren Messung der Bruchfähigkeit durchgeführt oder zusammen mit der Firma Ella Vision bewerkstelligt, wo wir eine optische Rissverfolgung entwickelt haben, sodass man in relativ einfacher Weise den Riss während des Bruchtests aufzeichnen kann. Und mit Gradient-Methoden, die optisch die Rissstruktur, wie in diesem schwarzen Bild hier zu sehen ist, rausfiltern kann. Nächstes Bild bitte. Damit haben wir eine deutlich bessere Datensicherheit als mit bisherigen Methoden. Normalerweise macht man bei der Messung der Bruchfähigkeit, misst man nur den Kraftwert, den Pi-Kraftwert und die Anfangsrisslänge. Und mit der Rissverfolgung kriegt man, was hier rechts oben zu sehen ist, die sogenannte elastische R-Kurve, also die Bruchfähigkeit, KNC, als Funktion der Risslänge. Und da sehen Sie schon an dem Plateau, da kommt man mit einem Probenkörper schon zu einem sehr zuverlässigen Ergebnis. Und man kann auch die kritische Dehnungsenergie-Freisetzungsrate gleichzeitig messen. Wir machen aber nicht nur Methodenentwicklung und Messung, sondern auch Materialforschung damit. Nächste Folie bitte. In dem Bild links sehen Sie eine Auswahl von Materialien, die wir hier selber gemacht, hergestellt haben und gemessen haben. In der Ellipse, der Plot ist die Bruchfähigkeit über der Glastemperatur. In der Ellipse sehen Sie thermoplastisch C-modifizierte Harze. Das ist das, was heute in der Luftfahrt rumfliegt, was für Schadens-Toleranz entwickelt worden ist und Impact. Und es hat sich schon gezeigt, dass das für Kryotanks nicht die Präprex der Wahl sind. Und deswegen ist da neuer Forschungsbedarf. Und da geht es dann zurück zur Kautschuk-C-Modifizierung, die besser zu funktionieren scheint. Und die ist mit dieser abfallenden E-Funktion hier beschrieben, weil die Effektivität der Kautschuk-C-Modifizierung mit steigendem TG und abnehmender Doktilität der Matrix abnimmt. Aber man ist auch bei relativ hohen TGs erreicht man noch gut Effekt. Und wir haben uns das, wie in dem rechten Bild zu sehen ist, nochmal für ein paar C-Modifikatoren im Detail angeschaut und haben uns dabei dafür interessiert, welche Rolle die Matrix, also die Epoxidharzmatrix bei der C-Machbarkeit spielt. Nächstes Bild bitte. Dazu haben wir begleitend uniaxiale Druckversuche durchgeführt. Und hier sieht man, dass das Post-Deal-Verhalten, also das nach dem Fließpunkt, das Verformungsverhalten extrem unterschiedlich für verschiedene Harzmatrizes ist. Es gibt also ausgeprägtes Strain-Softening, Dehnungserweichung heißt das, glaube ich, auf Deutsch, und Strain-Hardening, also wie in der Orangenkurve zu sehen ist, wo die Fließkurve immer weiter ansteigt. Und das, und vielleicht mal zum nächsten Bild bitte gleich. Das scheint der entscheidende Einflussfaktor zu sein, was die Rolle der Matrix in der C-Modifizierung betrifft. Hier links ist mal ein Bild aus einer Publikation von Toni Kinnloch zu sehen, das das gängige Modell der C-Modifizierung mit Kautschuk-C-Modifizierung beschreibt. Es entstehen also an der Rissspitze, kavitieren die Partikel, dann bilden sich multiple Scherbänder zwischen den Partikeln. Und das macht die Energiedissipation an der Rissspitze, also das macht die C-Modifizierung. Das heißt, das plastische Fließen in diesen Scherbändern ist natürlich ein ganz entscheidender Einflussfaktor. Und damit ist zumindest qualitativ relativ klar, warum auch das Post-Yield-Verhalten so wichtig ist. Denn wenn ich Strainsoftening habe, wie hier ganz rechts, habe ich ein Vielfaches an Energie unter der Kurve, weil oberhalb des Fließbereichs ja die Fließspannung erst mal, das Fließpunkt ist die Fließspannung erst mal wieder fällt. Und ich eben diese große Fläche hier habe, die mir zur Energiedissipation zur Verfügung steht, während bei diesem ausgeprägten Strainhardening-Verhalten, wie in dem Bild links daneben, nur eine sehr relativ kleine Fläche, also relativ wenig Energie diszipiert wird. Und das ist in bisherigen Modellen der Literatur noch nicht berücksichtigt worden. Das ist, muss ich so sagen, eher unsere Entdeckung. Denn da rechnet man mit dem perfectly elastic-plastic-Behavior, also mit der konstanten Fließspannung. Und da kann man diese Effekte eben in qualitativen Modellen bisher nicht abbilden. Das heißt, wir wissen, wie man Matrix-Harze formuliert, dass man zu hohen Zähigkeiten kommt. Und wenn dieses Wissen gegenwärtig gerade in der Harzentwicklung auch für Drucktanks, aber vor allen Dingen mit Hinblick auf Kryo-Drucktanks an. Damit wäre ich auch schon am Ende meiner Ausführungen, könnte einer Dreier weitergeben. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, recht herzlichen Dank. Wir machen jetzt noch einen kleinen Sprung zu den alternativen Härtungstechnologien, und zwar am Beispiel von UV-Härtungen, und zwar um präzis zu sein, UV-LEDs. Ich sage immer so schön, wenn Sie ein Reaktiv-Hartsystem schnell härten wollen, nehmen Sie UV. Sie kennen eventuell die Glasfaserbeschichtungen für Telekommunikation. Die sind ja dann in so einem Bündel mit ein, zwei Dutzend Glasfasern. Die sind dann mit unterschiedlichen Farben beschichtet. Das sind UV-härtende Lacksysteme, UV-härtende Farben. Die werden mit 300 Stundenkilometer, also ICE-Geschwindigkeit, de facto gehärtet. Ein weiterer Aspekt ist, sie sind recht energieeffizient. Also nicht nur die UV-LEDs als solches, sondern auch die UV-Härtung als solches. Das heißt, sie benötigen wesentlich weniger Energie, um diese Systeme zu härten. Und es ist, wir haben sie in Anführungszeichen gesetzt, eine vergleichsweise kalte Härtungsmethode. Was nicht heißt, dass das Komposit komplett kalt wird, weil sie haben ja auch typischerweise eine Exothermie bei Reaktiv-Hartsystemen. Das heißt also, wenn Sie da den Prozess nicht akkurat im Griff haben, können Sie durchaus mal anfangen, ein wenig zu qualmen. Aufgrund dessen, dass Sie jetzt die Möglichkeit haben, mittels UV-LEDs auch beliebige Bereiche, große wie kleine, fokussiert, unfokussiert, zu bestrahlen. Und mittlerweile mit sehr hohen Intensitäten ist das natürlich ideal für automatisierte Fabrikationsprozesse, wie beispielsweise das Automated Faber Placement, das der Herr Ambrosia schon vorgestellt hat. Da gedenken wir auch durchaus, das Ganze miteinander zu kombinieren. Aber auch für den 3D-Druck, weil wir auch derzeit ein schönes Projekt laufen haben. Und für Kernwerkstoffe haben wir auch da schon so eine Laboranlage gebaut, die Sie rechts oben sehen, um alternative Kernwerkstoffe, hier so eine Noppenwabe, dann in einem kontinuierlichen Prozess, also in einem Prozess erfolgt die Tränkung mittels Harz, die Formgebung und die Aushärtung an einem Rutsch. Also es ist somit eine sehr effektive Sache. So ein paar UV-LED-Module mit Reflektoren, also keine Linsen nehmen, sondern Reflektoren, sehen Sie rechts unten. Sie müssen halt berücksichtigen, dass die Eindringtiefe von der Wellenlänge und vom Neutral abhängt. Je kürzer die Wellenlänge, desto typischer, also typischerweise desto geringer ist die Eindringtiefe. Und Sie haben natürlich Absorktionseffekte. Wenn Sie ja irgendwas Schwarzes haben, dann haben Sie nur sehr geringe Eindringtiefe, was natürlich dann die Problematik wiederum bedeutet, dass Sie mit Carbonfasern dann erstmal so eine Herausforderung haben. Es gibt allerdings auch Systeme, die in der Entwicklung sind, mit denen man Carbonfaser-verstärkte Polymere härten kann. Sie müssen also quasi nur kurz antriggern und dann geht die Reaktion am dunklen Bereich weiter. Das ist allerdings eher noch im Entwicklungsstadium. So, jetzt kommen wir zur nächsten Folie. So ein Beispiel aus der Praxis im Rahmen unseres Konsortium AUVL, Advanced TV4Live, das ist so ein 2020-Konsortium, was von 2013 bis Ende dieses Jahres aktiv ist, wo es dann diverse Projekte gibt, haben wir uns mit zwei Produktionsprozessen beschäftigt, die de facto schon ordentlich große Bauteile liefern. Linker Hand sehen Sie von der Firma Hase GFK, hier mit dem 70-Jahres-Log, ich bin zwei Öltanks, kennt vielleicht der eine oder andere noch, die Herstellung von großflächigen Glasfaser-verstärkten Laminaten. Also die sind wirklich großflächig, 3,30 Meter breit und 30 Meter lang. Sie sehen also hier diesen überdimensionalen Granittisch auf dem zweiten Bild von links. Das ist noch die Variante mit klassischen Quecksilberdampflampen ausgestattet. Und im Rahmen dieses Projektes haben wir die Quecksilberdampflampen mit UV-LEDs substituiert. Um auf Ihre Frage direkt einzugehen, Frau Gleis, also wenn es schnell gehen soll, radikalische Polymerisation, die kationische ist etwas langsamer. Ist aber prinzipiell beides möglich. Und wir haben also zum einen den Prozess jetzt optimiert und wir sind de facto schneller, also Faktor 1,5 für hier die großflächigen Laminate und das Eigenschaftsprofil ist sogar noch besser. Wir haben auch durchaus ein wenig an der Hartz-Formulierung gedreht. Rechterhand sehen Sie ein UV-LED-Modul für einen Pultrussionsprozess. Und zwar ist da nicht nur der Clou, dass es schneller geht. Da haben wir Faktor 3,5 erreicht, tendenziell sogar 4. Es ist sogar so, dass die kalte UV-Strahlung hier dazu führt, dass Ihnen das Hartz-System geliert, aber aufgrund dessen, dass es nicht so warm wird, Ihnen sich die Viskosität nicht reduziert wird, sonst wird es aus dem Pultrodat austropfen. Und deswegen ist es hier wirklich essentiell, mit UV-LED-Modulen zu arbeiten, weil sonst würden Sie halt nur einen Bruchteil der Produktionsgeschwindigkeit erreichen können. Ich glaube, ich hatte eh nur zwei Folien, oder? Genau, richtig. Ich würde dann aufgrund der vorgestellten Zeit direkt weitermachen und ganz schnell, ganz kurz ausgewählte Forschungsprojekte vorstellen. Vielen Dank, Herr Dreyer. Ja, im Gegensatz zu Kryotanks und Tieftemperaturen beschäftigen wir uns natürlich auch mit Hochtemperatur hier zum Beispiel im Rahmen eines Projektes Topol, Entwicklung von thermisch hochbelastbaren Polymersystemen für Leichtbauantriebe, in diesem Fall Triebwerke. Und wir beschäftigen uns hier in diesem Projekt in Kooperation mit Reus-Reus, East4D, Wacker, Hexion und Evonik, mit der Entwicklung von neuen Reaktivharzen oder Reaktivharzformulierungen, mit erhöhter Temperaturleistung, mit dem Ziel quasi bisherige metallische Bauteile durch Composite-Bauteile in besonders heißen Bereichen des Triebwerkes zu ersetzen. Ein weiteres Projekt, sehr interessant, ist die Entwicklung einer dezentralen Power-to-X-Anlage in Zusammenarbeit mit der ERB-Gebäudetechnik in Luckau. Das System deckt dabei die Herstellung, Speicherung und Umwandlung von Energie ab in Form eines Wasserstoffkraftwerkes. Hierbei werden die aktuellen Entwicklungen mit der Kleinwindkraftanlage, mit der Herstellung von dem gedruckten Werkzeug, als auch die Sensorintegration in Druckbehältern mit einem Structure-Health-Monitoring-System herangezogen, um quasi einen sicheren Umgang einer solchen Power-to-X-Anlage für den Garten oder für den Heimbereich herangezogen. Und das System besteht dann klassischerweise aus einer Kleinwindkraftanlage, ein Photovoltaik-System, eine Steuerungseinheit der Brennstoffzelle beziehungsweise Elektriseur und den Wasserstoffdruckbehältern, welche denn auch als Wasserstofftankstelle für das Fahrzeug eben genutzt werden können. Und wir sind dabei derzeit, dieses komplexe System voranzutreiben und zu entwickeln. Und wir rechnen damit, dass wir quasi 2023 ein erstes marktfähiges System darstellen können. Genau, und das System soll dabei möglichst den Energiebedarf einer vierköpfigen Familie abdecken. Zum Abschluss eine kurze Vorstellung einer neuen gegründeten Fraunhofer Projektgruppe, das CENALAB-Zentrum für nachhaltige Leichtbautechnologien zum Ausbau des Leichtbaustandortes Cottbus. Hier wird auch die ganzheitliche Betrachtung der gesamten Wertschöpfungskette bei der ressourceneffizienten Gestaltung von Leichtbaustrukturen der nächsten Generation betrachtet. Wir haben hier die fünf Säulen, Material- und Herstellungstechnologien, Konstruktion und Herstellung von Druckbehältern, die Entwicklung und Integration von Sensorik, Structural Health Monitoring Systemen, die ganzheitliche Gestaltung, Optimierung, Simulation von den Strukturen sowie auch den Test. Das Projekt geht über fünf Jahre, ist jetzt bewilligt worden und vom Finanzvolumen liegen wir bei 4,5 Millionen innerhalb dieser nächsten fünf Jahre. Genau, kurz und knapp ist es 9,59. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf die Fragen und es tut mir leid, dass wir hier so ein bisschen überzogen haben. Das ist überhaupt kein Problem. Vielen Dank Marcello und Team.